Diese Bewusstsein, ich glaube, die weiß ja gar nicht, worum sie eigentlich durften. Die lege ich wirklich nicht, äh. Mensch, das sind so schöne Sachen und Erinnerungen. Aber da muss ich sagen, das darf schon viel groß sein. Und wenn ihr jetzt noch sagt, wir sollen so eine 40er oder irgendwo... Gibt's doch schon 400 Euro. Ja, genau. Hallo, Michael Brandt hier. Äh, ich hab' euch verloren. Da muss ganz locker, es in der Nähe, nur wenn da was hell ist. Erwähnt so eine schwarz-gelbe, eine schwarz-rote Fahne. Erwähnt so eine schwarz-gelbe, eine schwarz-gelbe, eine schwarz-gelbe, eine schwarz-gelbe. Ja, so. Erwähnt so eine, die war 30 Jahre in der Industrie. Ja, so? Und da hat hier noch mal ein Stück hier's halt abgeschrieben. Ja, da hat's wohl die Fahne, jetzt frei beruhig. Weil der bin nicht er. Die Fahne ist, dass diese neun geschützigen Züge, dann hier die besten reichen. Warte mal ein bisschen mehr Bilder und Filme. Das ist ein Pflanzenzimmer. Untertitelung des ZDF, 2020